Der da, ist der da der Mörder? Aber das ist doch Werbung. Das ist unglaublich, wir haben einen neuen Weltrekord. Jetzt lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Heute liegt noch eine sauschwere Sache in Afrika vor mir. Aber was machst du denn hier? Ich wollte dich treffen. Jetzt müssen wir den Pokal gewinnen. Schuss! Hör auf mir hinterher zu laufen, ja ich darf dich nicht mehr treffen. Ich hasse Fußball. Nein, das tust du nicht. Ich will Fußballprofi werden. Ich denke, dass wir das für uns behalten sollten. Zwei Männer. Und ein Mädchen. Und ein Mädchen. Wer ist denn der alte Mann da? Irgendein Schauspieler, den Papa sehr mag, glaube ich. Oder irgendein Verwandter, ich weiß es nicht genau. Nein, Marcello, nein! Mann, cool, wie funktioniert so was? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Bis zum nächsten Mal.